Servus YouTube und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des FIFA 16 Spielerkarriere Modus. Ja Leute, in der letzten Folge unser Debüt gehabt hier als Zweitligaspieler bei FSV Frankfurt. Ich denke mal auch, wenn die Spielerform momentan okay sagt, war es eigentlich ein sehr gelungener Start. Hier bei den Frankfurtern haben wir schon mal in den ersten zwei Spielen einen gewissen Eindruck hinterlassen. Ich glaube, beide Spiele unentschieden gespielt. Natürlich kann man als Stürmer, wenn man natürlich nur den eigenen Pro steuert, hinten nicht viel machen. Deswegen sind wir da in der Hinsicht so ein bisschen chancelos. Aber mal schauen, wie das Ganze jetzt in der heutigen Folge aussehen wird. Beginnen wird das Ganze mit dem Spiel zu Gast gegen den Karlsruher SC. Das heißt, es geht für uns in den Süden nach Baden-Württemberg. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall auch an Jens raus. Ich weiß nicht, ob Freiburg oder Karlsruhe eine Rivalität besitzen, weil beides kommt ja aus Baden-Württemberg. Würde mich mal interessieren, ob das einer von euch weiß, ob sich einer da ein bisschen mehr mit der Materie auskennt. Wie das Ganze da so aussieht mit Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg im Süden in Baden-Württemberg. Ob die da alle irgendwie eine Feindschaft besitzen. Ob da auch irgendwelche Fanfreundschaften vorhanden sind. Würde mich auf jeden Fall alles gerne interessieren. Könnt ihr wirklich sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Also ich würde mal sagen, viel zu erzählen gibt es nicht. Außer, dass wir natürlich weiterhin versuchen werden, unser Bestes zu geben. Hier in der zweiten Liga bisher lief es ja eigentlich, wie gesagt, gar nicht schlecht. In den ersten zwei Spielen schon mal ein Tor erzielt. Und eigentlich würde man sagen, halbe Torverbereitung. Und mal schauen, ob wir diesen positiven Start jetzt ein bisschen fortsetzen können. Über mehrere Spiele hinweg. Und ich würde sagen, wir gehen rein in das Spiel gegen Karlsruhe. Ich weiß nicht, ob das Ganze mit den Trikots so passt. Heim und Heim. Das Problem ist, unser Auswärtstrikot ist eben auch weiß. Deswegen glaube ich, lassen wir das erstmal bei den beiden Heimtrikots auf beiden Seiten. Und ich würde sagen, wir gehen rein in das Spiel gegen den Karlsruher SC. Wenn euch die heutige Episode des Spielerkarrieremodus gefällt, dann denke ich mal, wisst ihr, was zu tun ist. Mashed auf jeden Fall den Like-Button. Wieder mal 100 Likes auf die heutige Folge. Wären mega nice von euch. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Spiel gegen den Karlsruher SC. So, spätestens jetzt hätte ich gerade den Ton vom Spiel nicht angemacht. Wäre mir aufgefallen, dass wir leider Gottes keinen Ingame-Sound hätten. Habe ich jetzt nochmal wieder angemacht. Also das heißt, dass ich gerade noch einen kurzen Cut drin hatte, der sowieso da ist. Weil ich ja zwischen dem Zeitpunkt, von dem ins Spiel hineingehen und eben den Anfangssequenzen, die wir jetzt hier sehen können, da eh immer einen Cut drin habe. Also denke ich mal, habt ihr gar nichts davon gemerkt. Aber hätte ich das gerade eben nicht gemerkt, dass wir keinen Sound hätten, dann müsste ich das Ganze so ein bisschen blöd schneiden. Beziehungsweise dann vielleicht sogar nochmal von vorne aufnehmen. Was ich ja natürlich nicht möchte. Wir schauen mal ein bisschen hier auf die Statistiken. Vereine mit der schlechtesten Abwehr sind wir leider Gottes sehr groß vertreten. Nämlich auf dem letzten Platz neun Gegentore. Bisher die meisten Gegentore in der zweiten Liga. Also da muss sich auf jeden Fall vom Grund her, vom Grundgedanken was ändern. Der erste Keeper hat sich ja auch verletzt. Ich glaube, Weiß war sein Name. Deswegen haben wir da auch nochmal einen kleinen Nachteil, dass wir jetzt nicht den ersten Keeper hier drin haben. Karlsruhe stand ja kurz vor dem Aufstieg in die erste Bundesliga. Hat dann aber leider Gottes in den beiden Relegationsspielen es nicht geschafft, den Hamburger SV zu bezwingen. Unser Relegationsmonster, der Dino aus der ersten Bundesliga. Aber darum geht es ja nicht. Mittlerweile sind sie leider Gottes nicht mehr so auf dem Wege zum Aufstieg in der zweiten Liga. Schade für Karlsruhe. Aber naja, wir konzentrieren uns hier auf unser Spiel im Süden bei Karlsruhe. Viel Spaß und wir sehen uns in der ersten Szene. Ja, und die Abwehr zeigt mal wieder, warum sie die schlechteste in der Bundesliga ist. Neun Gegentore. Das ist der zehnte Gegentreffer, den wir hier kassieren gegen den Karlsruher SC. Wie gesagt, ich fühle mich als Stürmer so ein bisschen schlecht, um ehrlich zu sein. Weil man halt nichts dagegen machen kann. Also wenn ich jetzt irgendwie komplett nach hinten laufen würde als quasi Verteidiger, würde meine Note heruntergehen, weil ich halt im komplett falschen Bereich mich befinde. Als Stürmer muss man natürlich vorne agieren und da irgendwie versuchen defensiv mitzuhelfen. Würde natürlich unserer Note schaden. Auch wenn wir vielleicht so einen Gegentreffer hätten verhindern können. Leider Gottes das 1 zu 0 durch Torres für den Karlsruher SC. Und den dürfen wir tatsächlich treten. Den aus sehr kurzer Distanz dürfen wir nicht machen, aber den dürfen wir treten. Gelbe Karte für Dennis Kempe hier in der Situation. Vielleicht können wir ja mal einen vielleicht etwas kräftigen Freistoß versuchen. Und der geht rein. Eigentlich wollte ich den mit dem Vollspann schießen, aber hat er leider Gottes nicht gemacht. Aber es hat irgendwie trotzdem funktioniert. Der Ball ist im Tor. Wir bekommen ganz viele Pluswerte. Ich denke mal, ich hätte selber nicht mal erwartet, dass der reingeht. Alter, was war das bitte für ein Tor. Aus 27,4 Metern Entfernung ballern wir das Teil hier irgendwie ins Tor hinein. Ich weiß nicht, wie das Ganze entstanden ist, aber ich bin sehr zufrieden, dass der ins Tor reingegangen ist. Das nächste Treffer für uns in der 2. Liga. Das zweite Tor in der 2. Bundesliga und der Ausgleich hier im Spiel gegen den Karlsruher SC. Na gut, die Lücke gesehen. Schicken wir hier Halimi. Flanke. Die ist nicht schlecht. Kopfball, Dedic. Komm, mach doch was draus, Junge. Das war eigentlich als Kopfball in Richtung Tor geplant, aber war, glaube ich, ein bisschen verhindert vom Gegenspieler. War aber dann letztendlich eine gute Vorlage für Dedic, der aber, glaube ich, auch selber gar nicht mit dem Ball gerechnet hat. In der Situation. Kann ich verstehen. War, wie gesagt, auch nicht unbedingt als Vorlage geplant, aber wenn es immerhin so ankommt als Vorlage, kann man das schon mal nutzen, würde ich sagen. Boah, die Skills werden hier einfach mal gezeigt, ey. Und jetzt die Vorlage. Halimi. Halimi, der macht den rein. Sauber. Und die Vorarbeit von uns. Sollte man natürlich nicht vernachlässigen hier. Haben wir unsere Skills gezeigt hier in der 2. Liga und die Vorarbeit, also das läuft schon mal. In diesem einen Spiel so viel gezeigt wie in der letzten Folge. Also es wird immer besser. Gefällt mir auf jeden Fall gut hier. Stark durchgesetzt, Ball durchgesteckt. Und Halimi. Mit viel Glück. Olleshausen haben Ball dran, aber Ball geht trotz alledem im Tor. Besser Halimi. Mit dem 2 zu 1. Und wir gehen in Führung. Also ich hoffe, dass wir die drei Punkte mitnehmen können. Aber es ist auf jeden Fall noch einiges zu spielen. Deswegen sollten wir uns da nicht zu sicher sein. Oh, letzte Aktion für Karlsruhe. Und der geht vorbei. Spiel ist abgefiffen. Und wenn wir jetzt nicht Spieler des Tages sind, dann weiß ich nicht weiter. Ein Tor und eine Vorlage. Also quasi die zwei wichtigsten Aktionen hier, um den Sieg mitzunehmen. Erster Sieg für den FSV Frankfurt hier. Als unsere zweite Station im FIFA 16. Spieler Karrieremodus. Also ich denke mal, hier läuft es doch deutlich besser als in der Bundesliga. Und ich bin auch, um ehrlich zu sein, deutlich zufriedener mit meinen Teamkollegen, als es zuvor bei Hannover 96 der Fall war. Und ich denke mal, man kann sich sehr freuen über diesen Sieg. Eine Vorlage und ein Tor hier im Spiel. Gegen den Karlsruher SC sollte uns, denke ich mal, schon viel weiterhelfen in der Tabelle. Auf jeden Fall ein sehr starkes Ergebnis. Und wir bekommen tatsächlich auch Plusse dadurch im Team der Woche zu sein. Wir sehen schon, wir sind auf eine 73 hoch. Und stehen so circa bei zwei Drittel auf dem Weg zur 74. Und Spielerform großartig. Wir stehen natürlich wieder in der Startformation. Für das nächste Spiel, Heim für unsere Frankfurter, geht es ran. Empfangen wir den 1. FC Kader. Den 1. FC Kaiserslautern. Das Spiel nehmen wir natürlich auch noch mit hier in die heutige Folge des Spieler Karrieremodus. Die Form ist großartig. Mal schauen, ob wir das Ganze hier ein bisschen fortsetzen können. War auf jeden Fall eine sehr starke Leistung gegen Karlsruhe. Hoffentlich das Ganze auch gegen Kaiserslautern. Viel Spaß. Ich habe, um ehrlich zu sein, so ein bisschen vergessen zu gucken, wo wir jetzt nach diesen drei Punkten momentan stehen in der Tabelle. Aber ich denke mal, dass die uns schon so zwei, drei, höchstens aber vier Plätze nach vorne gespült haben. Diese drei Punkte waren auf jeden Fall wichtig. Vielleicht bekommen wir hier nochmal einen Blick auf die Tabelle, woran ich ein bisschen zweifle. Kaiserslautern der nächste Gegner. Doch, wir bekommen einen Blick auf die Tabelle. Wir sind momentan Tabellenfünfter. Also das ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser als am letzten Spiel. Da waren wir, glaube ich, noch gerade so in Tabellenmittelfeld. Vielleicht neunter oder achter Platz. Also sind wir auf jeden Fall einige Plätze durch die drei Punkte nach vorne gekommen. Vielleicht können wir es tatsächlich schaffen hier, mit Frankfurt nach vorne zu kommen. Spieler im Fokus heute, Dedic, der bei drei Toren steht. Wir stehen ja momentan bei zwei Toren und einer Torvorlage. Vielleicht können wir auch so ein bisschen uns einbringen in diesem Kampf, um die Torschützenkrone in der zweiten Liga. Ich glaube, momentan ist ein Spieler von RB Leipzig, Sabitzer ganz vorne. Dedic dann der erste von uns. Vielleicht können wir hier mitten im Tor gegen Kaiserslautern auch da so ein bisschen den Anschluss finden. Also wir haben natürlich nicht so ganz viele Spiele, wie zum Beispiel an Sabitzer, wie Dedic und diese ganzen anderen Top-Torschützen hier in der zweiten Liga. Deswegen müssen wir da mal schauen. Ich denke mal, unser Ziel ist es natürlich nicht unbedingt, die Torejäger-Krone zu holen. Aber es wäre schon ganz schön, sich da irgendwie so ein bisschen in diesem Kampf einbringen zu können. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der ersten Szene hier beim Spiel Frankfurt gegen Kaiserslautern. Und wir bekommen den Ball. Schuss aus der Position. Nicht unbedingt gefährlich. Also gut, gegen Kaiserslautern ist es ein bisschen schwerer. Also die stehen ja nicht unbedingt unter den absoluten Top-Vereinen hier in der zweiten Bulli. Aber ich glaube, sie könnten stehen da ganz oben. Also nicht unbedingt jetzt hier im Kampf um den Aufstieg, aber schon so da, wo wir uns befinden. Also in manchen Situationen fühle ich mich hier bei Frankfurt auch eher als irgendwie Spielmacher. Mehr als Spielmacher als jetzt ein Stürmer bei Frankfurt. Weil manchmal muss man halt irgendwie ehrlich so ein bisschen weiter nach hinten den Weg suchen, um irgendwie einen vernünftigen Pass zu fordern. Da merkt man auch schon, da stehen drei Spieler um den einen Spieler herum. Und der kann dann nochmal schön Übersteiger machen. Und dann wird er erst angegriffen. Nach hinten passen, schön und gut. Aber ja, genau dann entsteht sowas. Ich fordere nicht mal den Ball an. Also vielleicht für die Leute, die denken, dass ich hier immer den Ball anfordere und die KI deswegen solche blöden Pässe spielt. Nee. In manchen Situationen gibt es ehrlich einfach den Moment, wo ich den Ball nicht anfordere und die KI einfach selber diesen dummen Pass spielt. Natürlich ist die KI jetzt auch nicht komplett blöd, aber schon in manchen Situationen, wie man es gerade gesehen hat, gehen die Pässe schon mal irgendwo ins Nirwana-Land. Jetzt haben wir mal die Gelegenheit. Setzen uns gegen einen durch, gegen zwei. Jetzt kommt vielleicht der Ball für unseren Mitspieler. Ich spiele nie wieder Pässe auf irgendeinen Mitspieler. Da haben wir uns gerade gesehen. Er hat so viel Zeit. Er hat so viel Platz und Zeit und schießt halt wirklich direkt. Das ist auch der Grund, warum ich manchmal einfach der größte Arjen Robben-Egoist bin. Weil es für mich manchmal auch einfach keinen Sinn ergibt, irgendwie der KI den Ball zu geben. Da verliere ich halt lieber irgendwie selber hier in der Situation den Ball, als irgendwie nochmal nach hinten den Ball zu spielen. Und dann am Ende geht der Ball eh wieder ganz nach hinten zu den Verteidigern. Also da muss man auch vielleicht ein bisschen Verständnis haben, auch wenn es manchmal so aussieht, als wäre es voll einfach auf die KI abzuspielen. Aber es ist halt wirklich immer so dieses Problem, dass man meistens den Ball entweder nicht zurückbekommt oder sowas wie gerade von Halimi kommt. Also der Ball muss eigentlich drin sein, weil wir vor allem nicht viele Chancen gegen den ersten FCK bekommen. Und dann haben wir einmal die Gelegenheit. Jetzt der Pfostentreffer von Kaiserslautern. Vielleicht noch die Gelegenheit. Das wäre es gerade fast gewesen. Das wäre es gerade fast gewesen, weil wir eben nicht viele Chancen haben. Müssen wir halt auch die wirklich reinmachen, die wir haben. Und so geht das auf jeden Fall nicht. Wie es der Halimi da gerade in der Situation gemacht hat, war schön rausgespielt, aber am Ende dann hat er leider nicht verwandelt. Gut, den Ball hätte ich jetzt zwar noch gehabt, aber am Ende bleibt es ein Unentschieden gegen Kaiserslautern. Waren zwar ein paar gute Aktionen drin, aber an sich war es halt nicht so unbedingt das gute Spiel. Aber man muss auch sagen, dass so von den Mannschaften her, wenn man die vergleicht, ist Kaiserslautern noch deutlich stärker aufgestellt als unser FSV Frankfurt. Deswegen kann man, denke ich, mal zufrieden sein mit so einem Unentschieden 0 zu 0. Aber man muss auch sagen, wir waren die bessere Mannschaft. Vor allem in zwei oder drei Situationen hätten wir vielleicht auch das Tor machen können. Ich erinnere ja nur ungerne an die Situation, wo Halimi den Ball halt wirklich komplett am Tor vorbeigeschossen hat. Der eigentlich hätte drin sein müssen. Also Dedic, denke ich mal, hätte ihn auf jeden Fall reingemacht. Am Ende, wie gesagt, 0 zu 0. Kann man leben mit. Nicht so ein krasses Spiel wie eben zuvor gegen Karlsruhe. Aber trotzdem eine ganz solide Leistung, würde ich sagen. DGTV ist einfach unschlagbar. FSV Frankfurt Spieler. DGTV konnte sich heute nach einigen echten Glanzleistungen über ein großes Lob seines Trainers freuen. Ich habe ihm klargemacht, was ich von ihm erwarte und er hat mich in keinem Punkt enttäuscht. In den letzten Partien war er Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels. Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, wie gut er sich macht, sagte der geradezu euphorische FSV Frankfurt Trainer. Besten Dank, also wenigstens erkennt irgendeiner hier meine unglaubliche Qualität, die ich mitbringe hier für die Frankfurter. Also bisher läuft es ja eigentlich ganz gut. Und es geht ran in der nächsten Folge mit dem ersten Spiel gegen den Commerzclub hier in der zweiten Liga. Es geht ran gegen RB Leipzig. Hoffentlich ballern wir die irgendwie tot, ich weiß es nicht. Aber mal schauen. RB Leipzig ist da natürlich ganz klar oben mit dabei in der zweiten Bundesliga als Tabellenzweiter momentan. Haben aber sechs Punkte weniger als die Freiburger. Also die müssen natürlich irgendwie den Anstoß nach oben finden. Vielleicht können wir da so einen kleinen Strich durch die Rechnung machen bei den Leipzigern. Das alles aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, die heutige Folge des Spielerkarrieremodus hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, wisst ihr was zu tun ist. Smash den Like-Button. 100 Likes auf die heutige Folge wären mega nice. Und ich würde sagen, das war es von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bin raus. Bis dann, haut rein und ciao.